Beim Tischtennisspiel wirkt der Schläger auf den Ball ein und beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der er sich weiter bewegt. Die Endgeschwindigkeit nach dem Schlag wird beeinflusst durch die Stärke und Richtung des Schlags. Diese Begriffe werden in der Physik zusammengefasst und als Kraft bezeichnet. Die Kraft F gibt die Stärke der Einwirkung und die Einwirkungsrichtung an. Aus dem vorigen Video wissen wir bereits, dass durch eine Einwirkung eine Zusatzgeschwindigkeit in Richtung des Stoßes hinzukommt. Die Richtung der Kraft F entspricht der Richtung der Zusatzgeschwindigkeit Delta V. In der Simulation sehen wir zwei Kugeln. Die obere Kugel bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Die untere Kugel wird durch einen Stoß beeinflusst. Die Vektoren geben die Anfangs-, Zusatz- und Endgeschwindigkeit in Blau-, Grün- und Rot an. Durch Spannen der Feder kann die Einwirkungsstärke der Kraft verändert werden. Je größer die Einwirkungsstärke ist, desto länger ist der Vektor der Zusatzgeschwindigkeit. Wenn wir die Feder durch einen Ventilator ersetzen, bleibt die Einwirkungsstärke gleich. Die Einwirkungsdauer kann dadurch jedoch variiert werden. Umso größer der Ventilator, umso größer ist auch die Einwirkungsdauer. Eine verkürzte Einwirkungsdauer führt zu einer kleineren Zusatzgeschwindigkeit. Je länger die Kraft auf die Kugel ausgeübt wird, desto länger ist der Pfeil der Zusatzgeschwindigkeit. Es bestehen also folgende Beziehungen. Je größer die Einwirkungsstärke der Kraft F ist, desto größer ist die Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Je länger die Einwirkungsdauer Delta T ist, desto größer ist die Zusatzgeschwindigkeit Delta V. Je länger die Einwirkungsdauer der Kugel. Je länger die Einwirkungsdauer der Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020